Ich und nicht mal. So, jetzt sind wir Sven. Okay, jetzt haben wir ein Handicap. Ja, ich will auch mal was gewinnt, dass ich mich komme zu euch, kann ich nicht angehen. Ich weiß schon, wie Sven das meint, wir spielen jetzt 2 gegen 2 und Kev, schau zu. Ah ja, der ist auch dabei. Das ist ein Problem. Das ist eine geile Map. Das ist ja richtig perverse. Da oben kommt die Hörner. 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 Da kommt die Hörner. Da kommt die Hörner. Da oben kommt die Hörner. Da oben kommt die Hörner. Da oben kommt die Hörner. Oh, er hat schon weggekriegt. Ich habe euch hier auch jetzt Modeln gesagt. Da oben kommt die Hörner. Das ist dann vorstelle Kwell, aber okay, hier oben. Wir dachten kurz. Oh ehrlich, ich brauche meinen Tod alle. Man merkt schon, Sven mag keine Kinder, alle aufs Baby. das ist ja recht ist nein die leute fast auf mir das ist das projektchen enrico ist oben ja weiß ich bisher habe ich auch gerade nicht geschossen weil der genau auf mir stand ja ich habe jetzt auch nur gerade selbstmord begangen weil ich gerade geschossen habe und jemand kommt ja aber auch nicht zurückgekollert ja er geht ja zurück ja dann kann ich mich mal schnell pinkeln gehen so der nächste ich habe jetzt drei abgekriegt oder so das ist eigentlich der letzte sein danach haben wir nur ein vorzeug weiß ich nicht ja ich glaube nicht der bestimmt darum noch einsteller baby oh ja der war schön aber wenn ich auch zumindest drei schon abgekriegt haben sie noch vorzeuge ja klar der hat auch gesessen bei mir ist das aber kratz aussetzt hinter baby geschossen ich habe ja ein arsch mitgericht tschüss auch Prozent ich hab mich auch von rego konzentriert habe ich guck wo baby ist scheiße wie gut ist denn gut ist denn genügend du hast du Glück gehabt es gibt für wen nur ein gutes Ding oder wie wie wahrscheinlich das schade dass das kaffee glück dass dass der karten am aufstehen war scheiße und das war das war einfach dumm ich war wie immer bei mir baby hat den kill wir sind zu dritt und drängen zu wenig unter kontrolle wie doof sind wir schade 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 bist du harte eine stunde haben wir noch eine stunde für die runde ich wundere mich gerade warum die alle mit den gleichen farbigen autos kommt es ist alles nur eine farbe ja fast alles ach die stehen alle hier hinten drin dass der quatsch dieses quatsch die rührenden kemper nee ich habe noch geschrieben falls ich noch einen sechsten jetzt rand kriege der fortalene gut okay da hat jemand vor der hat gesessen wir gewinnen jetzt nein ich war hinter ihr und ich kriege noch einen ab ich kann es leider haben hier stehen die blauen und hinten stehen die grünen alles klar ich habe die farbe gewechselt das wollen wir haben zu monotonen das grün hier nach weiß das jetzt auch wenn ein reimer gewiss wird zu verwirren diese ampel halbwegs mit jetzt auch schon hier runter vorgott knapp nein nein dass du weg kommst du irre einfach über die bande schützen einfach baby wo bist du das heißt jetzt wird einfach moment soll ich dann schon oben aber ich bin nicht mehr die letzte karte auch gekommen morgens ist schon was du hast nicht mehr hochgekriegt okay wir verstehen ob da kommt nur eine angepflogen auch ganz gut dass mein kleiner bruder zeit hatte ja da kann man ja noch etwas mit der machen wenn er hilft das habe ich jedes mal dabei sein wird ist klar ja aber diese woche war halt die kleine nieder ansonsten macht er ja wie gesagt wenn er damit kein problem hat wir wissen dass dann ist das absolut kein problem es ist besser immer noch als gar nicht zu sagen ja ich bin dabei ich bin dabei und dann gar nicht ab zu sagen und gar nicht ab zu erscheinen das ist halt genau das problem kann man noch mal fragen wie es aussieht und ich denke mal wenn wir umso mehr haben so leute sind umso besser ist es das hat dann auch ein bisschen leute auf deutsch zurückgreifen können und dann wie gut passt warum schön an der kante lang geschnitten bei den rick ein riko wechselt das fahrzeug unter uns seh wie kommt in den in den in den in den so verdrückung aus oben hat wieder runter ich lebe noch alles gut alles gut nichts passiert alles noch fahren alles heil ich werde auf jeden fall noch mal mitgekriegt an der seite aber den riko kommt von hinten in riko so habe ich schon ich habe selbst mal begangen okay ich habe die rakete dem mit abgeschafft wurde da drauf stand ihr müsst das richten wie kommen die geräusch wird zuhörig baby so um bb war oben bb ist unten und die haben gewonnen und die haben gewonnen die runde geht aber gleich los kannst gehen anhalten kann man es gerade schlecht also so gehen wir online also so gehen wir online ich dachte ich kann damit jemand den kopf einschlagen so denn ich glaube ich steck mal die nächsten zwei wochen oder übernächste woche ist bei mir ein bisschen besser weil wir dann eine zweite playstation bekommen da wird auch ein bisschen was von der zeit ja wieder länger als 14 jahre dann hast du irgendwie erwähnt jetzt ne wie gesagt wir wollen übernächste woche nichts oder übernächste woche eine playstation kauft jetzt weiter erinnere dich nur mal an das eine abg gegen insertion wo ich dir hinterher gerannt bin Sven ich weiß aber das ist ja gar nicht mit hier vergleichbar weil wenn du dort oben bist hast du keine chance ne uiuiui ich bin zu langsam guck guck miss da schießt du nicht hoffentlich ich bin bundesverkennt wie oft denn noch ich wollte schön sauber landen da drauf gerade schade nein vorweg das wort bestimmt habe ich dich ja wichtig das war knapp schade ich weiß nicht ganz aber aufgekommen das war lieb von dir also ich kann euch eins bestätigen die geräusche macht baby öfter mal vor allem die geräusche dazu ach 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 da war kurz Król hier ihr wisst das Auto ist noch nicht beschädigt worden denn die hier umstehen Henrico Enrico ist gekommen, Enrico hat gerade andere Probleme, ich sehe es gerade, ja, Markus grüß aber so drei gegen jeden vorhanden schon doch ungefähr obwohl das hier noch geht die platform ist groß genug ob man einigermaßen gut auszuweichen ja also im gegensatz den schmalen dingern hast du eigentlich ganz gute bewegungsmöglichkeiten ja für beide fraktionen problem ist halt nur wenn ein solcher umlandet wenn abschießt stürzte selber muss nur weich genug wechseln, hab die davon aufgeschafft ja, hast du schon wieder am auto, Markus weil ich auch in deinem team bin, im zweifel immer im zweifel immer mein auto, Markus Enrico ist oben, Enrico ist oben Enrico ist unten, er ist wieder runter gefahren Baby willst wissen nee, Baby hat auch keinen Bock Enrico ist wieder oben nicht mehr lange, was? nicht mehr lange, was? aber er hat trotzdem noch eine mitbekommen von mir, die eine Kev hat keinen Bock mehr, hat sich lieber von Baby mitnehmen lassen? Ein Stück ja, ich collar ich bin ein ein ich freue mich auch nicht ich immer ich ich die schade baby ich habe es war da also sagt es dann es hat sind die kurzen so ich habe genau darunter durchgeschlossen gerade schade baby komponenten aber ja ich glaube ich habe ich noch ich tippe mal drauf enrico holt sich das auto aber auch wenn wir heute auch baby komponenten ja ein record neues auto nein schwein gehabt du hast mich schon erwischt in rico ich weiß ich bin ja nicht blind ich bin Was ist das? mit dem man nicht warum ob die noch sie werden werke kommen wir in keinem das wäre aus mit ganzem Stolz auch ja 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 und da wackelte sie immer noch ein punkt unterschied mann 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 es hat so ein team die freundin zu bekommen sie hat irgendeinen bonuspunkt bekommen für das gut aussehen